Ach, das da, da drüben. Oh nein, andere Richtung. Ja, die Richtung. Wir sind nicht da beim Falten. Welche Seite ist? Die West oder was? Ost ist quasi hoch gegangen. Nein, schon hier im Ost, oder? Warte. Hast du zur Fehlgeweise genaue Koordinaten, wo der Ridgeback ist? Der Ridgeback ist von alter Position, Richtung 350 Grad. An der 40 Grad steht auf freiem Feld, also da wo ihr hingelaufen seid, West. So verstanden. Ich sehe gerade was drauf eingeschlagen, brauchst du dann schauen, wo die Raucher gehoben. Warte, ich schaue, ob ich die genaue Koordinaten soll. Moment, Moment, wir fahren. Ist da, ist da jemand drinnen? Seht ihr das? Sieht man nicht, sieht man nicht. Zivile LKW. Okay, scheiß drauf, zivile LKW. Okay, wir suchen jetzt den West. Ja, ist zivile. Nach West müsst ihr sein, ja genau, nach West. Da hinten steht euch sehen. Ja, scheiß drauf laufen einfach. Ja, auf geht's. Ich hab noch Unterlaufgranaten. Jetzt mach mal nochmal zu. Hier liegt jemand? Die sind beide... Nein, der lebt noch. Ja, ich check ihn. Okay, und du hast den Springlader und kannst den wegmachen. Äh, wir haben einen Einwegwerfer, den werden wir gleich draufhauen. Und hier ist noch ein lebender Zivi am Boden. Liegt noch eine zweite Rakete. So, verstanden. Vielleicht liegt die in der Kamier, war es eh in Low. Das ist so ein Scheiß, was auch immer raus. Check. En Low mit einer Rakete liegt hier. Dann die neben dem Laden. Und schau, ob es damit funktioniert. Wir müssen noch ein genug brauchen. Aber den Zivilisten sollte man wegbringen, oder? Sind die tot? Lenzer, Entschuldigung hier. Lenzer, grün. Ich für selber verfügere über vier Stück. 1-1-2, Sprengladung kommen. Kann die Rakete nicht haben? Schuss Norden. Haken fesseln? Warte, ich habe. Warte, ich kann ihn auch empfangen nehmen. Frau Grütze, schnapp dir mal den Zivi. Ja, habe ihn. Geh zurück, 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 zurück Richtung Süden ins Feld. Okay, wir ziehen uns jetzt ein Stück zurück, haben den einen Zivi dabei und schießen dann die Raketen aufm Grutschberg. Ja, das ist okay. Ich habe ein menschliches Schutzschild. Ich habe ein menschliches Schutzschild. Erste Sprengung, also Raketenbeschuss fehlgeschlagen, kriegen Beschuss aus Norden, Nordwesten drauf. Ja, wir können ja auch Granaten draufwerfen oder so. Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal weg ein bisschen. Mutmaß, ich fahre nicht im Pickup. Äh, 4,0 Grad. Bewegung Norden. Ey, hau das Ding weg, wenn es zu klein ist. Ist frei, frei? Jo, ist frei, ist frei. Was? Ich bin wieder raus. Okay, wenn möglich für grün, hier halte ich sie schön. Kompond blau, man steht weiter Richtung Ost. Schauen wir, dass wir eine höhere Position kriegen. Dann halte ich mich schön, grün zieht an. Ich kümmer mich gerade um mich selber und muss um meine anderen Teammates verarzten. Wir wurden alle drei umgebracht, als die Rakete aus dem Wernstück kam. Wir sind hier gerade in einem hohen Feld drinnen und bei uns fahren drum herum Fahrzeuge. Hört sich nach dem LKW an. Witzel, ich komme zu dir. Witzel, ich komme zu dir. Hey, bist du noch wach? Ich weiß nicht, ich bin genau in dem Moment, wo die Rakete daraus kam umgefallen. Ja, bei mir auch. Abschuss direkt kam. Und bin dann umgefallen und als ich den Boden würdet habe, habe ich dann den Einschlag gehört. Ja. Ich smoke mal grün. Hast du ges- Ja, okay. Weil smoke nicht unbedingt notwendig ist, nachdem ich den Boden fälze. Oh. Sorry, sorry. Wir werden nicht grün Richtung Ost nachziehen. Bis zu Fluss. Danke. Bist du erwacht? Äh, ja. Ich bin versorgt. Ja, ich bin versorgt. Brauchst du noch was? Nein, bin grün. Check. Ist das Gras höher geworden? Ich bin nach Osten. Was geht? Ich bin nach Osten. Äh, Rot wiederkommt effektiv, ziehen uns nach Osten zurück. So. Ich bin nach Osten. Oh, Schiff. Auf das Feld. F***. Äh, wir marschieren hier einfach direkt auf Südost in dieses hohe Feld rein, in das Grasfeld. Ich bin negatisch. Wasp... Okay, über die Straße rüber, erstmal in den Komponent, okay? Ja. Go, go, go. Oh mein Gott. Achso, ich hab glaub das sind Leichen. Ein Massengraber. Stay, zieh mit rein, wir nehmen das dreistöckige. Gutführer, rot. Hört. Ich smoke hier mal grün. Richtung Nord von der Kreuzung aus ist ein Sozöckes Gebäude, dort drin unterziehen und Sicherung auf. So verstanden, Richtung Nord, zweistöckiges Gebäude, unterziehen. Obwohl ihr gerade praktisch drüber seid, ihr bei den Zivilfahrzeugen. Also der nächste Komponent quasi. Ja, genau. Jetzt nochmal kurz für euch, für die hier nicht am, na, Warnenkontrollschwunk sind. Nördlich von der Markierung Sunshine East, ist das WDLZ eingerichtet für die Abholung. Wir verlegen dort Induziner Sicherung, also folglich auf die Komponent, hohe voll. Ich wollte nochmal kurz für den Landesson ausgehen. Chris. Erkolliert vor, wir sind zwei Kälte, wir fahren hier nicht. Chris. Ja, wenn du jast, äh, die Frage, äh, Statistos, folgen jetzt den Kälte und die Kälte. Äh, so haben Position erreicht und wir ziehen Sicherung Richtung Nord. Ja, so verstanden, äh, siehst du da irgendwo vielleicht noch ein Gebäude? Ja, start. Äh, Funk wiederholen, abgebrochen. Ja, ich wiederhole, ich fang kurz unter Wasser, äh, siehst du von der Tour noch Gebäude, die sich, also die lohnen sich da sicher an sich. Okay, hab ich so Nord-North-West oder wie? Ja, Nord-North-West. Äh, das sind aber schon eigene, wie es aussieht. Nein, nein, da ist ne RPG, da ist ne RPG. Oh, das ist ein Gegner, okay. Nord-North-West, äh, in dem Kopfhaus, feindlich abschiehen. Nord-North-West. Schwererfeind, dass er ein Kont... ...wärts in den Grafen, wärts in den Grafen, wärts in den Grafen, wir schauen uns ja, ob es nicht drauf gekommen ist, Nord-West, wir fliegen. Nord-North-West. Sozusagen genau, der erste Kompfhaus, äh, neben Rallye Point 1. Oh, Fallschau. Nord-North-West, erster Kompfhaus, so gesehen, direkt neben Rallye Point 1. Äh, grün, äh, flackiert, da über Oster. Er hat so verstanden. Blau hier auf meine Position, dass neben dem Gebäude wir sind. Seid ihr beiden in Ordnung? Äh, ich bin da, stay cool is down, das Obergeschoss is weggesprengt. Ja, okay. Äh, so, hier an alle Teile, dass man von unten sollt aus den Bäumen scheren, ist genau. Raus hier, raus hier, raus hier. Oh, shit. 120 Meter liegt. Oh. Ja, ich zieh stay cool grad raus. Ja, den hab ich, den hab ich. Ja. Äh, Kontakte sind hauptsächlich aus Nord, oder? Ähm, hier, Rot, wir haben den eigenen Apache jetzt über uns. Ja, so verstanden. Wenn du zu dem Funke, so was auch immer, Nordwesten und so Positionen stehen noch zwei Gebäude. Soll da mal vielleicht rein. Äh, negativ. Müsstest du mal hier top geraten, nicht top geraten, sondern Klaton-Lead anlabern. Achso, shit. Rützer versorgt dich als erstes dann stay. Okay. Ja, ich bin in Ordnung. So. Ich hab keine Ahnung. Miller Drake Buser versorgt. Ich hab hier noch einen Count. Es gibt eben einen Funke, die schon hier nachkommen. Ich hab den Funke ja nicht mehr, weil ich ja... Kostum, machst du jetzt wie ein Squad-Funk eigentlich? Ja, ja. Ja, ich bin in Ordnung. Kann auch mal der Scheiße. So, warte mal. Funke, wenn es 63 ist, ist der... Ja, eigentlich krieg ich auch wieder ein 60er-Funk. Kommt mal vor, ich bin mal. Okay. So, Morphium geht nach oben. Das Obergeschoss ist explodiert. Wir haben da Beschuss von irgendwo. Von hinten, von hinten. Von hinten. Von hinten, von hinten. Von hinten. Ich hab die Fingwisch, was von hinten steht. Ah, ich smoke hier mal. Wir checkten im Süden, ein paar Hände hinterfliegen. Okay, Rot. Wir ziehen den Südwesten in diesen Compound ein. Okay, wir beginnen. Gut, Rot hält soweit Stellung. Wir sind für mich Antagon, wenn ich jetzt wo ich ausstattest. Und wo hat der denn jetzt geschickt? Wir sind hier mit dem 2-Might ankommen. 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 Und dann, okay, wir sind hier mit dem 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1 und 2. Wir sind hier mit dem 2-Might ankommen. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sicherungsposition Primär, Sicherung Süden. Jo. Okay. Was? Ja. Ah, das ist ein bisschen Spaß reinbringen. Ach komm, ihr habt meine Granate hier hoch. Welchen kommt vorne? Welchen kommt vorne? Hey. Was geht's? Hey, ich seh nicht, hey. Hey, Renly Point 1 dagegen. Hast du eine Flashbang geworfen? Nein, 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 das waren die drei lustigen. Ja, doch. Ja, jetzt sag mal die Taggefahr. Okay, Fakum, für was? Okay. Gammel, Feierfeuereffekt auf Koordinate. hab ich mal wlarst und verteidigt nach euch. Schwere eine Masse... Higspl 불kwackeANn? Ich hab noch Bändえる, ich Latte. Jaa... ...Zexplatte... In denen drei Häusern... Äh Destiny sak gestellt. Mit welchem kommt er? Bei Rallye Point 1 Biss jetzt zu praktisch drin Ok, oben In Nord oder was? Ja, Deathly Ah, Super Chief, kein Metal Seals Fire, Seals Fire, Mission Forward, Mission Forward Keine Ahnung, ihr habt da nen Steinblock vor Oh, Mr. Deathly Leute, dann habt ihr hier jetzt das erste Team Dann ist die Deathly da raus Ja, komm, wir werden mich aufgeholt Ja, wir haben eigentlich gar nichts, das ist das Problem Desti, schaut mal, dass ihr euch so schnell wie möglich dann mal zurückzieht Ich hab grad von Godfather mitbekommen, dass wir gleich eventieren Ja, ich bin dabei, grün muss abziehen aus Ihrem Haus endlich Wir sitzen hinter den Kontrollen Kifferkumpel, du nimmst das nötliche Äh, Jack, sagt Bescheid Wenn ihr außer dieses Gebiet bei Rallye 1 seid Dann kann Godfather nochmal Fire, Mission anordnen Ja, er kann die Fire, Mission einfach nach Nord auslegen Ja, klar Einfach weiter nach vorne Süd, zurück Seh ich's wieder Warte mal, ich setz einfach mal Äh, seh ich Nein, 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 nein Das ist das Deine vertreten Wenn sie's antworten Dann frag mal nach Ey, ja, 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 alter dieser Scheiße unter Drückung, ne? Ja, Mann Entschuldige, grün, frage, wohin sollen wir? Kommen Okay, ganz fein Okay, ganz fein Okay, Jungs, wir gehen immer vom Clusterfuck weg, wir gehen mal in Diening Seitdem Kosto keine Antwort gibt, nach Südabmarsch, zurück Richtung, äh, Status, der wir gekommen sind, nach Sangeli Äh... Deutsch verstanden Ich hab grad über externe Informationsquellen mitbekommen, dass Kosto bei mir irgendwo in der Nähe liegt Der liegt da vorn, da vorn, da vorn Ich kümmere mich um ihn Ich such ihn, Problematik hier ist hohes Grau Dien Brützel, ich hol ihn, ich geh zurück Ja, wir sollen sowieso weiter, oder? Du gehst einen neuen Compound Dien Ja, ja Äh, wir haben Kosto gewehrt, ziehen uns jetzt irgendwo in ein Compound zurück Kommt mal mit, wir ziehen uns hier in das Gebäude Ich hab keine Lust, ich blöde dann auch Ja, warte, ich kümmere mich um Hehehehe Kosto? Ne, das ist nicht, ich kann jetzt nicht raus Ist ich Tani? Ja Ja Bani? Ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich Kein Stress Kann das nicht gehen? So Du blutest, aber das wusstest du sicher schon Ich blutest nicht Hehehe Grün inbound von Norden Hast du verstanden? Alle Einheiten zurück in den Compound Rot bleibt das letzte außerhalb Kosto? Ja Ja Erst in einem Rückmarschel decken Grün, wir machen zu Ja Erst in einem Rückmarschel decken Grün, wir machen zu Ja Jetzt solltest du wieder Kanzler Rüllen aus dem Bein zu direkt Richtung Südwest und dring da in den Compound ein Und da haben wir nur noch einen Schuss Ja Boah Ja, ja, ja weg da weg da weg ja direkt direkt in de compounder ja nein ja 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 바�a achtung kommen verletzten rein so ich bin medik ich bin medik platz da so wo ist der pixel ist der pixel hat drin ist da jemand Scorch, you alright? Ja. Du hast immer noch starke Schmerzen. Ja. Das ist da. Das ist da. Das ist da. Oh, das ist wieder da. Okay, da ist auch einer. Gib mir mal einfach. Ähm. Hast du? Ja. Hier. Wenn der Heli am Boden ist, geh ich mit meinen Jungs und mach Nachsicherung. Ja, check. Jungs, sobald der Helikopter gelandet ist, werden wir rangehen und Nachsicherung. Aber wo wird der Lamm? Sobald der Heli landet, blau und grün, sofort rein. Rot, dann würde er Nachsicherung. So, hinter mir mal weg. Achtung, Weglas, frei. Alle Malta, bei Elwurstbrot weg. Das ist zwar in der Mauer, dann seh ich ihn nicht. Rückschauzone ist frei. Okay. Das dachte mir fällt vorher auch. Super. Hast du schon geschossen? Es ist mir kalt. Nord. Schleif dich sogar mal. Dicke Mami von Süd. Halt ihn gut. Nein. Ist kein Platz. Bereit machen. Bereit machen. So, bereit machen. Ja, bereit machen. Rot und Südwestern. Das ist jetzt gut. Das ist jetzt besser in der Sicherungaufbau. Dicke. Das kann nicht sein. Schwer. Die Formatöglichkeit. Das ist sehrested. Das ist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. Das ist die Flögel. Statt zurück. Das ist ein Wettbewerb. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Gigi, bist du drin? Gigi, bist du drin? Gigi, bist du drin? Gigi, bist du drin? Gigi, ist du drin? Gigi, bist du drin? Gigi, bist du drin? Gigi, bist du dran. Hey Leute, ich habe zwei Verwundete! Was? Ja ladet sie einfach rein. Perfekt nicht allein. Geht los, passt zu EPI. Dann gehen einfach nochmal. Wir fliegen so ohne uns. Egal, ich bin so viel dabei. Wollte so. Das wäre nicht so eine Asi-Scheiße. Bist du wieder da? Ja. Das ist fast. Ich hab keine Lust mehr. Du darfst hier nicht einfach nur ein EPI. Du musst normalerweise zweimal banagieren danach. Ja, zweimal banagieren. Wenn er nur leicht getroffen hat er einmal. Aber in der Regel zweimal banagieren, dann EPI. Komm, jetzt holen wir ihn alle in der Mandageraad und einer haut ihn in die Regel. Heilige Scheiße, ey. Wie lange hat es denn gedauert? Unser Heli ist abgehoben. Wir sind allein im Feindesland. Bitte wer ist denn hier alles? Geht mal alle bitte auf, damit man die Namen lesen kann. Okay, das ist aus Nord. Gehen wir in den Compound, würde ich sagen. Erstmal direkt alle in den Compound. Können alle bewegen. Ja, dann lassen wir nach oben. Ronto mit euch. Ich hole Eagle. Geht, geht, geht. Eagle ist wieder down. Ja, Rob. Geht, geht. Nein, mit ihm dann rennen wir. Ja. Was soll das? Ich bin fack da draußen, ey. So, drop ihn endlich. Ja. Ich mach nicht, bin Medic. Ja, ich mach mal. Ja, ich mach mal. Ich mach gleich. Ich bin auch Medic. Ja, er braucht nur einfach einen EP. Der hat nur viel Blut verloren und sonst braucht er einen EP. Ja. 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 Hat jemand eine grüne Smoke, um unsere Position zu markieren? Ja. So, ich wegkommt wieder. Go, 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 go. Hallo. Kosto liegt. Wir haben noch einen Auspark. Kosto liegt im Kaufbau. Aussitzen, aussitzen, aussitzen. Ja. Verwundete einfach nehmen und halt da. Aussitzen. Ja. Laden, halt, nun direkt aufsitzen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020